Un, deux, trois, bonjour messieurs, un, deux, trois äh, bonjour et je suis Benjamin Ja Leute, was glaubt? Ich bin's, Benni, und heute spielen wir mal wieder 8x1 nachdem Waro jetzt endlich fertig ist So, und Marco und ich haben, wir haben uns jetzt die Frage gestellt, was wir jetzt machen sollen Wir haben jetzt keinen so richtigen Content mehr Und ich hab mir jetzt überlegt, ein neues Community-Projekt zu starten Vielen Dank dafür an Dealmeer Ähm, ja, das Projekt oder sogar das neue Format wird, macht das nach Benni heißen Ähm, ja Ich werde das jetzt Ganze ein bisschen erklären, wie das ablaufen wird Ähm, ihr schaut erstmal in der Beschreibung Und... Äh, der wird jetzt tot sein Und schaut mal in die Beschreibung Da ist ein Docs-Link Äh, und da sollt ihr eure Clips einsenden Ähm, wie Janich, Top5, CW-Moments und so weiter Äh, falls ihr das kennt Auf jeden Fall sollt ihr eure Clips dort einsenden Und... Dann versuche ich Eure Clips nachzumachen Das heißt, ähm, zum Beispiel Ihr holt das Bett irgendwie so richtig krank mit Äh, Outplay, dies, das, ananas Und... Das könnt ihr dann einchecken Und das versuche ich dann nachzumachen Ähm, das war ein bisschen scheiße gemacht von mir Ja Ja Und... Also ich hoffe, ihr habt es verstanden Wenn nicht, dann kann ich ja mal irgendein Beispiel bringen Aber ich denke schon, dass ihr es mal... Äh, dass ihr es rafft Weil ihr seid ja kluge Menschen Alle meine Zuschauer sind kluge Menschen Ähm, ja So, und Am besten Also das sollte jetzt kein Low-Clip sein Ähm So, keine Ahnung Wir Leute einfach wegabuse Und dann first rush hold Das ist jetzt nicht so Die nice Sache Ähm, schon mit bisschen Outplay Taktisch Run Und Das dann klippen Und das versuche ich dann Nachzumachen Wenn ihr Das einschickt Und der Typ Nervt ein bisschen Ähm Die Runde ist auch gleich vorbei Scheiße Dann sollte ich ihn nicht direkt killen Auf jeden Fall Dafür Müsst ihr aber Uns Unnormal unterstützen Und auch wirklich clips einsenden Weil wenn jetzt wirklich nur Keine Ahnung Drei Leute Den Clip einsenden Ähm Das ist dann halt kein richtiges Community Projekt mehr Ähm Und ja Vielleicht habt ihr ein paar Freunde Die ihr Ähm 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 Ranholen Ranholen könnt Und die sollen dann auch irgendwas einschicken Obwohl die uns nicht kennen halt Hauptsache es wird irgendwas So Und ich hoffe das Alter Ich hoffe dieses Format Wird dir irgendwas Und auch ein bisschen Eis und was Und abwechslungsreich So Noah Vernähten Warum lese ich Noah What the fuck Geist Noelle Und ich bin runtergelaufen Fuck Ja Ich hoffe ihr habt es ungefähr verstanden Ähm Einfach In der Beschreibung schauen Docs Link Alles ausfüllen Und Dann seid ihr eigentlich Ready to go Und Dann Entscheide ich mich Für eine Sozusagen Challenge eigentlich Sogar fast Und Ja Und ich versuche es dann nachzumachen Ihr Falls ihr einen YouTube Kanal habt Dann Ähm Kann ich euch gerne auch verlinken Mache ich gerne Und Ja Jetzt Noel Komm mal ran Jetzt Ach bro Come on Hat der Ernst auf den Kopf Alter Wie viel Glück kann man denn haben Okay Und das Pack Ähm Heißt So eine 100 Subpack Glaube ich Einfach mal auf YouTube Angeben Dann habt ihr das So Und ich denke jetzt Ich Bekomme den jetzt Das war klar Dass er sich in den Kopf Setzt Wolle ich ihn noch schnell ein Und Ja Ich hoffe wirklich Dass ihr irgendwas rein checkt Weil Sonst Äh Wird es dann kein neues Format geben Und Ja Ich hoffe euch hat das Video gefallen Und Ich hoffe Und freue mich auf eure Einsendungen Und Ja bis zum nächsten Mal Achso Und noch was Ich habe noch ein Ich habe noch ein CW Äh Kein Clip Sondern Sogar So einen ganzen Clan War In 2016 Aufgenommen Also am Anfang Das CW Updates Und da Haben Ähm Trappy Panda Und Lauren Glaube ich Äh Eine Runde Zivilgespielt Damals gab es noch Einen Unendlichkeitsbogen Und ich war der Bo Und Ähm Ja Fuck Ich weiß nicht Was ich sagen soll Ähm Falls ihr möchtet Ähm Dass ich diesen Clan Nur hochladen soll Dann Lasst ein Like da Und schreibt es mir In die Kommentare Oder Votet oben Rechts Jetzt Ob ihr das sehen wollt Und ja Vergesst nicht Eure Clips Einzusenden Und bis zum nächsten Mal Tschüss